Eigentlich wollte ich ja in Berlin studieren, jetzt bin ich ja in München gelandet. Am Anfang fand ich das schade, mittlerweile finde ich es eigentlich ganz okay. Aber nichtsdestotrotz möchte ich immer noch nach Berlin. Ich habe mich nicht so viel daran erinnern, natürlich, wir hatten viele Partys gehabt, aber was ich später nachher von Fotos gesehen habe, war richtig toll. Genau, also dem Bayer wäre es wahrscheinlich zu ektisch, dass er Mörtlichkeit mag und das kann man so sagen, ja. Meine Eltern haben sich kennengelernt in Berlin droben, unter dem ersten Weltkrieg. Das ist eine ganz tolle Stadt. Man ist auch informiert vom Fernsehen. Das ist mit München gar nicht so vergleichen. Das ist die Wirtschaftskultur. Weil in Bayern ist ja alles viel gewöhnlicher, viel normaler, muss ich auch sagen. Berlin war früher schon in und heute sind. Die Kontraste sind eigentlich noch viel stärker in Berlin als in Berlin. Und das finde ich das Spannende an Berlin. Berlin ist im Prinzip nur noch ein riesengroßes Dorf. Und das andere Tempo, das Berlin hat und das es irgendwie ausmacht. Bibel in Berlin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020